Hallo liebe Zirkusfreunde! Seid dabei, wenn es am 29.01. um 19 Uhr heißt Manege frei für den Winterzirkus des Zirkus Peperoni. Diesmal nicht in der Aula des Gymnasiums Zirkelhofen, sondern ganz bequem vom Sofa aus. Peperoni & Friends in der Sofa Edition. Also Popcorn in die Mikrowelle, Cola in den Kühlschrank und zack, einmal auf den linken klickt. Vorhang auf, Manege frei!